Physik Hallo und herzlich willkommen zu einem Ergänzungsvideo zu dem Video Angsthase. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie man die Formel V1²-V0² ist gleich 2ax herleitet, wobei V1 die Endgeschwindigkeit, V0 die Anfangsgeschwindigkeit, A die Beschleunigung und X der Zurück. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com